Musik Ihre erste große Veranstaltung zum Geburtstagsfest, 1000 Jahre Bad Hörningen, hatte die Stadt bereits Ende Januar in der Fahrkirche St. Peter und Paul mit einem atemberaubenden Licht- und Musikspektakel kombiniert mit wunderschönen Chorgesängen. Einen weiteren Höhepunkt genossen knapp 700 Musikfreunde in der Sprudelhalle beim Benefizkonzert des Heres Musikchors Koblenz. Seit Juli 2014 hat Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe die Stabführung des Musikchors inne und ist somit die bisher einzige Leiterin eines Musikchors der Bundeswehr. Fred Wrane vom Festausschuss der 1000-Jahr-Feier und Stadtbürgermeister Guido Lob bedanken sich bei allen Helfern und freuten sich über die große Resonanz. Wer beim Heres Musikchors nichts als nur Marschmusik erwartete, würde überrascht sein, was ein Militärorchester noch so alles drauf habe. Das Rapportoir reicht von klassischen überzeitgenössischen Werken bis hin zu moderner Musik. Damit ist die 1000-Jahr-Feier in Bad Hörningen aber noch lange nicht vorbei. Vom 3. bis 5. Mai findet in Bad Hörningen das Festwochenende statt. Von einem Streetfood-Dorf über verschiedene Bühnenprogramme zu Straßenkünstlern und einem nostalgischen Jahrmarkt. Hier dürfte für jeden etwas Passendes dabei sein. Die 1000-Jahr-Feier in Bad Hörningen sollte man sich nicht entgehen lassen. in Bad HörICH in Bad Hör newspapers in Bad Hörést und die 1000-Jahr-Boh in Bad Hör Stück in Bad Hörningen in Bad Hör Woody in Bad Hör contact